Musik So meine Freunde, ich bin's wieder, euer Popika, willkommen bei Watch the Geek Band Heute hab ich I love your class für euch, genau so sieht's aus, endlich mal wieder Und ich spiel heute mit der Pika Peperchenek mit, äh, Rückstoß und, ähm, Rotpunkt ist hier mit der P90 Mit, ähm, Erweiter Magazine, Wurfmeister, Blendkanal, Extremwilligen, Hardliner Pro, Stalker Pro Und dann hab ich einen Spezialistenbonus drin mit ruhiger Hand Pro, Aufklärung und Fingerfertigkeit Pro Als Todes-Death-Streak hab ich die Vergeltung Und da geht's los auf Arcaden Ich hasse diese Map wie Sau Ihr glaubt es gar nicht, ich hasse sie wie Sau Ach, aber es geht schnell los hier Ähm, go go Oh, vielen Dank, Neptun Für diese epische Klasse Oh, mal gucken hier, was uns jetzt gleich erwartet Abschluss bestätigen, meine Freunde Ja, mal gucken hier, wo die Leute hier rumspringen Unsere Gegner, die Gegner Ist noch gar keiner da, oder was? Oh, 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 oh Von hinten, äh, das kann ja wohl nicht wahr sein Mein Freund der Sonne Mensch, das wird das Ey, ey, Leute, ihr werdet's nicht glauben Ich hab jetzt seit einer Woche Mindestens seit einer Woche Kein MW3 mehr gespielt Ich hasse dieses Spiel jetzt abgrundtief, ja Es ist einfach nur zum Kotzen Ich hatte wohl das Free Weekend war Hier mit, äh, von wegen hier Steam Ja, ja, wir geben euch Free Weekend Da haben sich wahrscheinlich alle Idioten so einen Doppelaccount gemacht Und erst mal schön die Hacks runtergeladen Schön Kriegt man ja mittlerweile Mann, ey Kriegt man ja mittlerweile auch, äh, bestimmt irgendwo kostenlos Irgendwie im Im Worldweb, ne Oh, da hat's kurz gelegt Aber Pupiker kriegt das hier gebacken Das ist schon wieder ein Nate Mal gucken, ja, wovon die Ja, die Ja, komm, wir erst mal hier Ein Kollegen helfen Oh Nein Mann, ey, da müssen wir grad da rumgehen Zum Kotzen Komm, ja Ne, das darf doch wohl nicht wahr sein 7, 9 hier Das kann ja wohl nicht Der Ernst sein Oh, scheiße Nein, nicht auf mich Wieso hab ich hier so übste FPS-Einbrüche Das kann ja wohl nicht wahr sein Was, wo denn nur Ich wär hier nur durch Nate Gekillt 2 zu 6, meine Freunde Das ist doch hier wie im Wilden Westen An der Klasse liegt's auf keinen Fall Ah, da bist du down Du Arschloch Komm her, ja Komm her, komm Na komm, wo seid ihr Oh, da, da hauen zwei Da hauen doch zwei Zumindest einer Ja, FMG Akimbo Ach nee, doch nicht Oder? Da kann man aber einer mit FMG Akimbo rum Mann, Mann, Mann Beschissene Legs hier Ich aime wie meine Oma Heute Aber ich denke mal, das liegt doch an der Verbindung Ach nee, ich bin ja hochsegig gerade Oh, Wurfmesser Komm, komm Stirb, mein Freund Ja Genau FMG Akimbo Oh Könnt ihr die nicht mal rauspatchen Aus diesem verdammten Spiel? Das würde mir Sehr viel weiterhelfen Nicht auf mich Wehe Alter, wehe Oh, hier war doch einer Ey, das ist nicht der Ernst Der ist schon dort mit FMG Akimbo, ja Und dann setzt er sich auch noch ans Schild Und klotzt blöde Anzeigetafel an Oh Ja, Kollege Kannst du mal gucken Pubiker geht ab hier Oh 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 Gucken wir an Wie er hier sitzt Nee Alter, ich raste aus Wir verlieren das Ding Wir kriegen so dermaßen hier auf den Sack Das kann ja wohl nicht wahr sein Och, das ist auch so langsam Mit der Waffe Wenn du da kein Tempo drin hast Da bist du am Arsch mit der Waffe Da bist du echt am Arsch Ich hätte mal In einem Noob-Server joinen sollen Also, aber Ja Gehste down Ruhige Handhandpupiker Weg Meine Was hab ich denn als Sekundär überhaupt PB99 Ja, stimmt ja Ich hab's vergessen Komm, stirb Gott, nachladen Oh Gott, wo sind hier welche Nein Dammte Scheiße Du hast einen Schatten gesehen Ach Ja, 1913 Mein Gott Mein Gott, nachdem bin ich nicht letzter hier Oh shit Leute, ihr glaubt's gar nicht, wie ich mich grad fühle Ey, ich komm mir vor, als spiel ich das Spiel das erste Mal Eine Woche Eine Woche ey Eine Woche Ja, es tut mir auch leid, dass jetzt die ganzen letzten Tage nicht wirklich Videos kamen Aber das liegt einfach daran, dass ich übelst Stress auf Arbeit hatte Also nicht, ich hatte Stress, sondern auf Arbeit war es einfach Oh, hier sind übelst viele Nates Auf Arbeit war es einfach übelst stressig Und ähm Ich arbeite ja Vollzeit Das heißt, 40 Stunden die Woche, also ganz normal eigentlich Da muss ich halt öfter mal noch um Uschi kümmern, ne Ich bin nur bill verschnupft, merk ich grad Ich glaub, ich bleib zu Hause Ne, kleiner Spaß am Rande Ähm Ja, so ist das dann halt, aber Ich hoffe, ich entertaine euch trotzdem etwas Was? Auch wenn ich hier voll von den Sack kriege Hier war noch ein Kollege Wo ist denn der? Komm Zeig mir deine Füße Du Vollfassen Oh, oh 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 Gott Ja, komm, 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 stirb Ja, ja, komm Hast du so gedacht Kollege Oh, der ist da Und hat mir eh noch den Arsch gerettet Gerade Da drüben ist eh noch Da drüben Und hier unten Und überall Ein Bubiger macht den letzten Abschuss Aber ich wollte mir sagen Wir haben das voll verloren, meine Freunde Ach Fack deine Fresse, du Bitch, Alter Boah, was war denn jetzt schon Wie auch nicht gesagt, ey Mein Gott Mach mal keinen Stress hier Gut Rinnjahau'n Euer Popika Bis bald Und da drüben ist es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017